Habt ihr Geldprobleme? Die werden sofort verschwinden, wenn ihr wisst, dass es Geld gar nicht gibt. Das, was ihr als Geld ansieht, sind eigentlich nur Schuldscheine von Banken. Also es ist ein negativer Wert und kein positiver. Und die Probleme lösen sich sofort auf, wenn wir für das, was wir als Leistungen erbringen und was wir gerne tun, und mit Freude und mit hoher Qualität, wenn wir uns dafür einfach Zahlen gutschreiben, die dann diesen positiven Wert darstellen, ohne selbst ein Wert zu sein. Die sind dann nicht knapp, weil wir immer leisten können. Wir müssen dann auch nicht tauschen. Es gibt keine Schuld, keine Zinsen und keine Steuern.